Ein Restaurant gegenüber dem Familiengericht eröffnen. Könnte ich einfach in Ruhe zum Mittag essen? Laura sagt, ich möchte nur noch eine Chance, dir diesen großen Fehler auszureden. Dave, wenn du diesen dummen Weg weitergehst, unterbrach. Dave, willst du wirklich unsere schmutzige Wäsche öffentlich waschen? Fragte Laura, müssen die zwölf Personen in Hörweite unbedingt über unsere Affären Bescheid wissen? Dave, es ist mir scheißegal, wer uns hört. In der Kanzlei meines Anwalts hätten wir in den letzten sechs Monaten so viele friedliche Gespräche führen können, wie wir wollten. Aber du musstest dich weigern und dich so unhöflich und stur verhalten. Warum zum Teufel sollte ich nicht wütend sein über das, was du mir angetan hast? Du hast Kontakt aufgenommen. Unsere Ehe hat zwölf Jahre gehalten. Zwölf schreckliche Jahre später habe ich herausgefunden, dass du mich nie geliebt hast. Für unsere beiden Kinder war ich einfach ein nützlicher Spender, im Grunde eine Geldquelle. Dave lachte. Das sollten wir nicht vergessen. Rufen wir doch einfach Daves Bank an. Laura ließ den vernichtenden Kommentar unkommentiert. Sie war immer noch menschlich genug, sich dafür nicht zu schämen. Schließlich war es real. In der Stille, die darauf folgte, zogen sich beide in ihre Gedanken zurück. Dave überlegte, wie sein früher zufriedenes Leben zu einem unverständlichen Albtraum geworden war. Eines Tages war er krank gewesen und kurz vor der Mittagspause von der Arbeit nach Hause geschickt worden. Als er das Auto von Lauras Freundin Karen in der Einfahrt stehen sah, fühlte er sich nur noch schlechter. Diese Frau schien nie zu wissen, wann sie gehen sollte. Er schloss die Haustür auf und hörte deutlich Stöhnen und Wimmern von oben. Als er die Treppe hinaufstieg, sah er, wie Karen von hinten Sex mit einer schreienden Laura in ihrem Ehebett hatte. Er war so erschrocken, dass ihm für einen Moment die Worte fehlten. Die Stille war nur von kurzer Dauer. Und dann schrie er bereits vor Zorn, als eine schamlose, aber strenge Laura und eine hochmütige Karen ihn aufforderten, unten zu warten. Ich kann immer noch nicht glauben, was du an diesem Tag zu Laura gesagt hast. Du wolltest Kinder und du brauchtest jemanden, der dir und ihnen helfen konnte. Aber du liebtest Karen seit dem College und sie war deine einzige wahre Seelenverwandte. Du wolltest eine Hausfrau und Mutter sein. Und wie du mir so sanft gesagt hast, dann brauchte Karen mehr Geld. Wie dumm von mir, zu ignorieren, dass der Großteil meines Gehalts für den Unterhalt deiner Freundin draufging. Hast du, Laura, mich nie geliebt? War ich nicht einfach nur ein Geldgeber und ein Spender? Nein, nicke jetzt nicht einfach. Danke. Sag's auch laut. Steh zu deiner Entscheidung. Sieh mir in die Augen und sag mir, was du willst. In Ordnung. In Ordnung, Dave. Ich werde ehrlich sein. Ich habe Karen allein angebetet. Ich habe dich nur gejagt, um eine Familie zu gründen. Der beste Kandidat, den du präsentiert hast, warst du selbst. Du hast mich ausgewählt. Wer zum Teufel waren die anderen Kandidaten? Murmelte Dave. Keith Davenport und Eric Jensen. Lauras Treffsicherheit erstaunte Dave. Keith. Eric. Warum hast du keinen von ihnen ausgewählt? Für mich? Warum? Keith und Eric sind Spieler. Du bist keiner von ihnen. Du warst immer ehrlich und zuverlässig. Du bekommst, was du findest. Karen glaubte, dass unsere vertrauensvolle Einstellung jede Unehrlichkeit verhindern würde. Nun, damit hatte sie recht, sagte Dave wütend. Das ist Dave, der Traumbetrüger für dich, oder in deinem Fall das Betrügerpaar. Ja, das ist zutreffend. Ich bin nicht sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, aber bedenke, dass die Welt eine andere war, als wir verheiratet waren. Es war immer noch inakzeptabel, dass lesbische Paare zusammenlebten und Kinder großzogen. Dave runzelte die Augenbrauen und sein Ton wurde bissig. Ja gut, ich geb es zu. Es ging auch um die Gesellschaft und den Wunsch nach Kindern. Ich sehnte mich nach dem Lebensstil, den du bieten konntest, den sich weder Karen noch ich jemals allein leisten könnten. Laura senkte schuldbewusst den Blick, während Dave zornig den Kopf hob. Und welches Spielzeug benutzt du da hinten? Du hast mir oft gesagt, dass der Bereich nur für Ausgänge gedacht ist. Laura errötete vor Scham. Karen bestrafte mich. Oh, ähm, wofür genau? Um Himmels Willen in der Nacht vor unserem Hochzeitstag hast du mit mir geschlafen. Sie wirkt jedes Mal neidisch, wenn ich mit dir schlafe. Erinnerst du dich? Ich hab sie auch angelogen, wenn du die Wahrheit wissen willst. Ich hab ihr gesagt, dass wir nie Sex hatten, aber das konnte ich dir nicht antun. Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich bereits schrecklich, weil dein Leben nicht deinen Erwartungen entsprach. Dich zu einem Ohrnuchen zu machen, schien mir zu viel für mein Gewissen zu sein. An diesem Tag hab ich Karen belogen. Ich war so müde, dass ich direkt ins Bett ging, nachdem ich die Kinder zur Schule geschickt hatte. Karen roch Sex, als sie nach Hause kam. Sie nahm mich über ihr Knie und machte dann weiter, als sie arbeitete, als du uns entdeckt hast. Also hat Karen den Schlüssel zu unserem Haus. Ja. Und wie oft hat sie dich besucht und mit dir in unserem Bett geschlafen? Nicht so oft, um ehrlich zu sein, Dave. Ich bin meistens zu ihr gegangen, um Sex zu haben. Laura. Daher. Erzeugte Liebe? Dave in der Wohnung, für die ich bezahlt habe, ohne es zu wissen. Tatsächlich. So Dave habe Laura den Blick gesenkt. Es war ziemlich peinlich, ihr Verhalten auf diese Weise zu konfrontieren. Tief im Inneren hatte sie sich immer für einen guten Menschen gehalten, der von seinen eigenen Handlungen und einer Gesellschaft, die nicht wusste, womit Menschen wie sie und Karen tagtäglich konfrontiert waren, eingeholt wurde. Also, Laura, hast du mich nie wirklich geliebt? Nicht einmal ganz am Anfang. Nein. Ich entschuldige mich, Dave. Ich bin lesbisch. Ich liebe Karen. Dave, du bist in Ordnung. Ich respektiere dich auch sehr, aber ich bin traurig, dass ich dich nie lieben konnte. Sie stach noch ein wenig mehr in die Wunde, etwas an Daves festem Kiefer und dem kalten Zorn in seinen Augen brachte sie dazu. Anfangs habe ich Sex wirklich verabscheut. Ich musste daran denken, mich zu übergeben. Für meine Leistung hätte ich wahrscheinlich einen Asker verdient. Ein paar Jahre später passte es jedoch nicht mehr. Sie warf ihm einen Knochen zu, als würde sie ihre Härte bereuen. Manchmal, wenn du mich berührt hast, konnte ich mir vorstellen, dass es Karen war. Und ein paar Mal habe ich es sogar fast genossen. Respekt. Haha, unser ganzes elendes Leben war ein Schwindel, den du und dein Liebhaber inszeniert haben. Dave ließ sich von Lauras Funken Zorn mitreißen, als er den beleidigenden Begriff aussprach. Ich möchte nicht sehen, wie Respektlosigkeit aussieht, wenn das Respekt ist. Ungeachtet Lauras Zorn vermied sie es, Dave anzusehen, aber das hielt ihn nicht auf. Er fuhr fort, so wie deine sogenannte Liebe war auch dein ganzes Stöhnen vor Vergnügen vorgetäuscht. Ja, Dave, und während all dieser Jahre hast du mich Wochen oder Monate lang ignoriert und so getan, als hättest du eine Pilzinfektion oder eine andere unbekannte Krankheit. Ich entschuldige mich, Dave. Karen war neidisch. Laura, du bist wirklich etwas Besonderes. Für Laura war dies der letzte Schlag. Sie schämte sich ein wenig, aber der Groll, der während ihres Gesprächs geschwellt hatte, brach erneut aus und überrollte sie wie eine Flutwelle. Halt einfach die Klappe, Dave. Die Gerichtssitzung dauert weniger als 15 Minuten, und ich möchte dir das in dein dickes Hirn einbläuen, bevor wir zurückkehren müssen. Dave ließ die Hände sinken und vergaß alles um sich herum, sogar sein Essen. Laura, was willst du? Ich möchte, dass wir wieder ein normales Leben führen, Dave. Dave, normal, so wie ich nach Hause komme und dich ignoriere, während du mit Karen schläfst. Und das ist normal, unseren Jungs gegenüber so zu tun, als wäre unsere Ehe wie die der Eltern ihrer Freunde, bei der der alte Mann manchmal Mitleidsex hat. Nein, Dave, da wir das wissen, werden wir aufhören, so zu tun, als würde ich heterosexuellen Sex genießen. Karen kann bei uns wohnen, du kannst das Gästezimmer beziehen. Das ist unwahrscheinlich. Laura, was für Idioten bringst du mir damit? Dave, jemand ohne Option. Jemand, den ich in der Tasche habe. Was ist der Witz, den du immer machst? Oh, natürlich. Was bekommst du, wenn du einen Schmetterling in der einen und einen anderen in der anderen Hand hältst? Einen supergroßen Schmetterling, der alles tut, was du sagst. Das bist du, Dave. Du hast absolut keine Wahl. Laura war ihr gnädig. Kein schöner Anblick. Entschuldige, lass mich das klarstellen. Du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder führst du ein normales Leben, fast normal, verbringst deine Zeit mit deinen Kindern. Ich werde tabu sein, alles andere wird genau wie vorher sein. Alternativ kannst du über die Straße zum Gerichtsgebäude schlendern, dich selbst in die Irre führen und beobachten, wie sich alles entwickelt. Laura wartete nicht mehr auf Daves Antwort. Wir haben Richter Reynolds wegen lauten Weinens abberufen. Karen behauptet, dass er seit 20 Jahren dort arbeitet und seine Bürowand praktisch vollständig mit einer Sammlung von Männlichkeitsstolz bedeckt ist, die so groß ist, dass man kaum durch die Tür passt. In seiner gesamten Karriere hat er sich nie auf die Seite eines Ehemanns gestellt. Er wird mir das Haus geben, unabhängig davon, was die Ehefrau getan hat. Sie werden alle Nebenkosten übernehmen müssen. Sie werden alle Selbstbehalte bezahlen und er wird dafür sorgen, dass ich in ihrer Versicherung bleibe. Und lass mich dir gleich sagen, Dave, das wird eine Menge Geld sein. Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, daher wird er den Unterhalt so hoch ansetzen, dass er dem Beepieb eines dritten Weltlandes entspricht. Du wirst die ganze Zeit in einem Schuhkarton auf der städtischen Müllkippe leben und davon träumen, genug Geld zu haben, um Makaroni mit Käse zu kaufen. Lauras Wangen waren vor lauter Verbitterung gerötet. Dave senkte den Kopf und starrte niedergeschlagen auf den Tisch. Laura warf einen Blick auf die Uhr und beschloss, ihren Trompf auszuspielen. Und was deine Jungs angeht, Dave, deine unbezahlbaren Söhne, wie wäre es damit, an einem Wochenende im Monat, sofern das Gericht nichts anderes beschließt, darfst du sie sehen. Aber weißt du was, Dave? An diesen Wochenenden könnten sie aus tausend anderen Gründen abwesend sein, weil sie sich nicht wohl fühlen oder ein Fußballspiel haben. Ich werde dafür sorgen, dass... Laura hielt inne, um ein paar Mal tief durchzuatmen, und fuhr dann fort. Und die ganze Zeit über werde ich mit Karen in deinem Bett schlafen, während du dir nicht einmal ein Date mit deiner rechten Hand leisten kannst. Komm schon, Dave, drück dich etwas milder aus. Du vertrittst dich selbst, während ich einen Anwalt vor Gericht habe, der 3.0 Dollar pro Tag kostet. Warum musst du dein Leben völlig zerstören? Der Grund ist, wann werden wir wieder zu dem zurückkehren können, was einmal war? Nichts Wichtiges wird so bleiben, wie es war. Dave hoppt den Kopf und seine Augen leuchteten vor Hoffnungslosigkeit. Ich werde ohne jeglichen Stolz leben. Er hielt inne und schüttelte den Kopf. Ich werde meine Jungs nicht in die Augen sehen können. Sag mal. Laura, du hast mich daran erinnert, dass du nie gearbeitet hast, selbst als die Jungs alt genug waren, um zur Schule zu gehen. Du hast nie bei den Rechnungen geholfen oder dir einen Job gesucht, als ich dich darum gebeten habe. War das von Anfang an dein Plan? In einer guten Position zu sein, falls ich jemals dein kleines Geheimnis herausfinden sollte, hättest du dann bei einer Scheidung den Vorteil, den arbeitslose Ehepartner haben. In der Tat hatte Karen das im Sinn. Außerdem könnten wir uns tagsüber mit jemand anderem treffen. Jetzt dämmert es ihr. Sie arbeitete nur abends als Kellnerin, damit sie jeden Tag, den ganzen Tag mit dir verbringen konnte, während ich hart arbeitete, um die Familie zu ernähren und die Differenz für ihre Wohnung zu decken, die sie sich mit ihrem Mindestlohn und Trinkgeld nicht leisten konnte. Sieh es mal aus einem anderen Blickwinkel. Dave. Sie wird viel Geld sparen, wenn sie bei uns einzieht. Laura schaute auf die Uhr, aber Dave ergriff als nächstes das Wort. Laura. Warum willst du denn verheiratet bleiben? Sie erwiderte, weil die Jungs einen Vater brauchen, Dave, und fügte dann fast abweisend hinzu, und ich will nicht, dass du mittellos und ausgelaugt bist. Dave, du bist ein anständiger Mann, aber wenn du vom Plan abweichst, wirst du den Sturm des Mülls, der auf dich zukommt, nicht verdienen. Was die Weigerung der Jungs betrifft, in ihrem eigenen Haus zu bleiben, kann man nichts machen. Dein Liebhaber wird heute Nacht bei Mama und Papa bleiben. Laura, hast du wirklich gedacht, ich wüsste nichts, oder ist es so, dass du all deine Kumpels verlierst, die dich verlassen, sobald deine abstoßenden Handlungen öffentlich bekannt werden? Hat es etwas damit zu tun, dass unser Pastor dir geraten hat, Sontage zu meiden? Laura, kommt dir das bekannt vor? Laura zuckte nur mit den Schultern und schaute noch einmal auf die Uhr. Es ist Zeit zu gehen. Dave, was würdest du sagen? Hm, ich würde sagen, mach nur und scher dich zum Teufel wie eine preisgekrönte Gurke. Du bist ein Knirps. Schau mal auf die andere Straßenseite. Laura stöhnte vor Verzweiflung, stand auf und ging zurück zum Gerichtsgebäude. Lauras Prognose wurde wahr, als die Scheidungsverhandlung vor Zerseffen Minuten später endete. Richter Reynolds hielt eine Tirade über Ehemänner, die die Eheberatung schwänzen und darüber, dass Hausfrauen heilige seien, die geliebt und vor gewalttätigen Ehepartnern geschützt werden müssten, die antikierte Vorstellungen wie Loyalität ignorieren. Als der Unterhalt weit höher angesetzt wurde, als Lauras Anwalt es prognostiziert hatte, war Karen überglücklich. Laura war ein wenig beleidigt, aber Dave war wirklich ein anständiger Mann. Er war nicht schuld daran, dass er nicht die nötigen Mittel hatte, um sie zu unterhalten. Sie dachte bereits darüber nach, ein paar Schecks nicht einzulösen, damit Dave einschreiten und vielleicht sogar mit den besten Freunden, die sie verloren hatte, wieder Kontakt aufnehmen und sich vielleicht wieder mit den Kindern anfreunden könnte. Als sie durch den Raum blickte, erwartete sie, das Gesicht ihres Ex-Mannes voller Kummer zu sehen. Dennoch empfand sie Mitgefühl. Warum sollte er Mitleid mit ihr haben? Es sollte doch umgekehrt sein. Im selben Moment hörte sie jemanden hinter sich. Mrs. Laura Brown, auch bekannt als Thompson, drehte sich Laura um und sah zwei uniformierte Polizeibeamte. Tatsächlich, Polizei. Sie sind wegen Betrugs und Verstößen gegen die Bestimmungen 257a und 255 des staatlichen Strafgesetzbuches wegen unrechtmäßigen Erwerbs von Leistungen durch unehrliche Methoden verhaftet. Sie haben das Recht, nichts zu sagen. Ihr Recht auf einen Anwalt ist Karens Unterbrechung von der Zuschauertribüne unterbrach seine monotone Rezitation. Welchen Vorteil hat sie sich um Himmels Willen verschafft? Der zweite Polizist erhob seine Stimme. Unterhalt, Kindergeld, kostenlose Unterkunft und das ist nur ein Teil davon. Sie sind auch Karen Smith, Karen eilte zu diesem Zeitpunkt zur Tür. Hallo Dave. Die Erinnerung an Richter Asher, der durch die Schreie der Polizei auf Karen aufmerksam wurde, als sie versuchte, aus der Tür des Gerichtsgebäudes zu eilen, bringt mich immer noch zum Schmunzeln. Sie sollten mich kennen, einige von ihnen sicher. Ein kleiner Bonus, der mein Gerechtigkeitsempfinden befriedigte, war, dass sie mit dem Kopf gegen die massive Eichenwand schlug, als seine Hände ihre Knöchel ergriffen. Es stellte sich heraus, dass Lügen und Unehrlichkeit an sich zwar keine Verbrechen sind, es aber sehr wohl ist, daraus finanziellen Nutzen zu ziehen. Wir nennen das Betrug. Es handelt sich um ein breites Spektrum krimineller Aktivitäten, wenn man unehrliche oder irreführende Techniken einsetzt, um unfaire Vorteile oder Vergünstigung gegenüber anderen zu erlangen. Nennen wir Lauras Lebensplan einfach so, denn als ich zum ersten Mal von ihr hörte, fand ich keine treffende Bezeichnung, um ihr Verhalten zu beschreiben. Der Gedanke an meine eigene Unschuld und die Sorge, meine Söhne zu verlieren, machten mich natürlich depressiv. Wie jeder normale Mann wurde ich betrunken und hatte dann Glück, als ich meinem Freund Yono meine Geschichte erzählte. Noch an der Bar hörte ein anderes Paar zu. In derselben Kneipe, in der Yono und ich an diesem Tag waren, feierten Tom und Mike ihre eigene Beerdigung für Toms Ehe. Tom hatte seine Scheidung abgeschlossen und war somit ein weiteres Opfer von Richter Reynolds. Tom musste Dampf ablassen und meine Erzählung verschaffte ihm Erleichterung. Tom und Mike sind nämlich Staatsanwälte. Wir vier begannen mit der Planung, als Yono, Tom und Mike mich nach Hause brachten. Lauras und Karens finanzielle Pläne konzentrierten sich darauf, vollständig von meinem Einkommen zu leben. Obwohl die Beweislage recht schwach war und nicht so eindeutig, wie wir es uns gewünscht hätten, war dies genau der Grund, warum wir sie im Scheidungsverfahren durchsetzen mussten. Zusammen mit dem Urteil von Richter Reynolds und Lauras eindeutigem Eingeständnis, mich täuschen zu wollen, aufgezeichnet von Tom, der mit einem Tonbandgerät an einem Tisch in der Nähe des Restaurants saß, konnten wir Absicht, Unehrlichkeit und Vorteilsnahme nachweisen. Lauras Anwalt versuchte zu argumentieren, dass die Tonbandaufzeichnung rechtlich ungültig sei. Aber Laura hatte der Aufnahme zugestimmt, entschied der Richter und erklärte, mir ist egal, wer uns hört, Dave. Karen wurde auf einer Krankenhausliege in Handschellen gefesselt, als sie zu sich kam. Laura zahlte ihre Kaution, aber Karen verließ das Krankenhaus sofort. Unser kleines Team hatte dies vorher gesagt und Jono und ich wechselten uns bei der Überwachung ihres Wohnortes ab. Karen befand sich bis zur Verhandlung in Haft. Tom wartete 200 Kilometer entfernt an der Staatsgrenze auf sie. Als Laura von Karens Verrat erfuhr, ihr Liebhaber war ihr Kronzeuge und angeblich ihre andere Hälfte gewesen, verlor sie die Nerven. Nachdem Karens Anwalt sie dazu überredet hatte, ein Schuldbekenntnis abzulegen, hörte Laura auf, ihr zu helfen, wodurch die Beweislage erheblich geschwächt wurde. Diese Unehrlichkeit empörte die Richter in beiden Fällen, sodass beide Frauen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Sechs Monate nachdem Laura Karen auf dem Sportplatz der Frauenstrafanstalt geschlagen hatte, wurde ihre Strafe verdoppelt. Sie durfte nicht einmal zur zweiten Anhörung vor dem Familiengericht gehen, als alles wieder auf mich zurückfiel. Vier Jahre später wurde Laura entlassen und bis dahin hatte ich Thoms großartige Schwester, die meine Jungs jetzt als Mutter bezeichnen, geheiratet. Ich fragte sie, ob sie ihre leibliche Mutter im Gefängnis sehen oder ob sie mit ihr zu tun haben wollten, wenn sie erst einmal draußen war. Aber jedes Mal, wenn ich das Thema ansprach, zuckte sie nur gleichgültig mit den Schultern. Laura begann hartnäckiger darauf zu bestehen, sie sehen zu wollen, aber am Ende ging sie immer in Tränen aufgelöst allein. Obwohl es schrecklich und herausfordernd war, erwies ich mich am Ende als weiserer Mensch und glücklicher. wie es sie gibt, die mitschlechte der Unterkunft newen Jahre im Gefängnis sehen. Und dann ist das natürlich, die mitschlechte der Haaren und die mitschlechte der Haaren die mitschlechte der Haaren und die mitschlechte der Haaren und die mitschlechte erhältnäckige, wie es wach sein wird,